Er peitscht das gleich aus, das Ding an. Ach, Bruder. Ey. Ah. Screplio. Ja. Eins ab! Alter, Karsten. Krass. Echt jetzt? Ach so. Nein! Nein. Hab ich auch gemacht. Was ist razzistisch? Dass ich Schwarzkopf geschrieben hab? Ne, dass du die Pondine durchgestrichen hast. Aber ich mal gar nicht. Brünete! Ja. Brünete! Das ist wie grüne Greteknete, Alter. Brünete! 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 Der ist vielleicht eine Margerita. Eine Margerita! Eine Margerita. Philipp versteht's. Och Gott. Och Goooooooott! Wir haben halt ein ver-ficktes Rechtseck! Alles in ruhig und außen nix, wer malt ein Rechteck in 3D? Heitscht er die aus? Die wichtigen Fragen? Domino! Ah, ich hätt's nicht laut sagen können. Nein, doch nicht. Okay, alles klar. Das ist ein Dominoes, ein Mann. Domino? Dominoes? Ne, das ist ein Doktor, Leute. Ah, ja, ja, stimmt. Aber seit wann? Ach, Digga, wer Dom tört denn Frauen? Das ist ein Löwe. Das ist ein Löwe? Das sieht aus wie eine Frau mit einer Dauerwelle. Ja, aber die Frage ist, welche Frau hat einen Schwanz? Wo hat die denn einen Schwanz? Was für Frauen kennst du? Die hat einen Schwanz gehabt, Alter. Den Hals über einer Titte, genau. Den Hals verschoben und die Tippen sind verschoben. Kennst du's mit dem Bullen dreckig wieder bei den Hals als dein Hals? Was ist denn mit dem Arm passiert? Was ist denn mit dem Arm passiert? Alter, ich bin nur einmal auf den Kopf gefallen. Wer hat den Hals zerdrückt schon, wer hat dir nur zwei Haare geschenkt? Digga, wie sieht ihre scheiß Schulter aus? Das ist sogar die Schulter. Ich frag mich noch, wie sieht denn die scheiß Schulter aus? Nein. Doch. Fuck, wie heißt das? Ja, ne Wabe ist das. Wie heißt das? Wie nen Stock, Digga? Keine Ahnung, Alter. Geh mir nicht auf den Sack. By the way war das kein Ding. Alter, was ist das denn für ein Ding? Soll das ein Ding? Ey, Jungs, konzentrieren. Es leidet bestimmt, oder? Alter. Wir konzentrieren jetzt nicht mehr. Fuck. What the fuck? Was ist das? Das ist leider fair. Wie das guckt, Alter. Das kann doch, oder? Hol dein Gewehr, er schieß es. Das soll die Farbe darstellen, Mann. Das ist orange. Wieso ist das orange? Ist gar viel? Nein. Auf jeden Fall ist es jetzt eingesperrt. Nein, es ist nicht eingesperrt. Was ist das? Was ist das? Oh, ich kann's was vom Scheißen sagen. Was soll das sein? Was ist das? Das kann ein Klasse sein, weil es so ist ganz gut so. Was ist das? Oh, das finde ich gut. Das hat keiner gehört, Philipp. Hast du Glück gehabt? Wir haben es denn zwei gewusst? Weil Phil es sogar gesagt hat. Was ist das? Ich glaube, was ist denn orange? Und hab zwei Ohren und eins. Das war gut, Alter. Ist das schon wieder halbkreis? What the fuck? Nein, wie schreibt man das? Der Hafer ist das. Das ist Hafer. Klavier. Hm? Ylo was kickt was? Wieso ist Ylo was kickt? Ist wohl nicht gekickt. Obwohl Ylo was gekickt? Weil wir uns doch mal gewohlt haben. Ich hab doch C gesehen. Fand ich der schnellste. Ich musste die Punkte verwehren, Alter. Das war ein Euro-Zeichen. Dicker Tänzer? Dicker Ballon. Geht's am Ende? Hä? Was war denn jetzt der Baum? Apfel fällt vom Stamm? Isaac Newton oder so? Dicker, keine Ahnung. Einer erklärt und würde das Wort erklingen, das andere erklärt auch das Wort. Ohhhh. Ja toll. Was hat Isaac Newton denn erfunden? Er hat's nicht erfunden. Er erfunden hat er das jetzt nicht? Wohl ich gab's keine Schwerkraft. Ja, ja alles klar! Das soll jetzt besser sein. Ja. Warum sieht das da ganz links aus wie ein böser Wolf? Ich auch. Das sieht ja wirklich so aus. Nein mach ich ihn doch nicht weg, der war schön. Pothnacken. Der gute Pothnacken. Was soll jetzt sein? Kann das fah- Junge man ich hasse diese scheiß Pastatur. KANDA! KANDA! Uganda! Die klinge als wenn mir jemand auf den Kehlkopf geboren würde. Warst du irgendwie am Wochenende unterwegs? Was feiern oder was? Seht nicht so aus. Glaubst du nicht, dass ich raus geh? Mach das schweig. Da, ich sie nicht, gut! Die, die, die jungen, zweiteig! Ich bin jetzt auch. Ich bin ein unglaublich! Wie war die Jungen? Ich bin dann verbunden! Vielen Dank.